Guten Abend alle miteinander. Funracer sind scheiße. Ich mein, ich bin ein großer Fan. Nähn. Sie alle habe ich gespielt und auch gespielt. Egal ob Mario Kart, Diddy Kong Racing oder Sonic ARA. Irgendwie spiele ich sie auch viel lieber als ein Rennspiel, das sich total ernst nimmt zum Beispiel. Und stehe auf meist aus der Steppe entstammenden Tieren. Heute möchte ich euch ein Spiel vorstellen. Vielen Dank.